Wie nennt man das, wenn man nach einem erfolglosen, weil wirklich dilettantisch durchgeführten Sprengungsversuch eines Bankautomaten von einem Richter zu acht Monaten auf Bewährung mit Fußfessel im Elternhaus unter elterlicher Supervision verdonnert wird? Richtig, das nennt man bescheiden, um nicht zu sagen doof. Aber genau so ergeht es Kylie. Kylie ist ein aufbrausender, heranwachsender Mensch, die einfach mit allem zu hadern hat und an allem etwas auszusetzen hat. Und ausgerechnet diese Person muss in ihr verhasstes Elternhaus. Tja, das kann ja nur zu Mord und Totschlag führen. Ja, nicht unbedingt, aber es passieren sehr merkwürdige Ereignisse in ihrem Elternhaus. Die Mutter scheint darüber auch Bescheid zu wissen, denkt sich aber nichts dabei. Und das alles soll dann irgendwie lustig werden und vor allem auch gruselig. Gruselig, denn Housebound, das ist der Film, um den es geht, ist eine Horrorkomödie. Wow! Würde ich mal sagen, Thema verfehlt. Ich steige jetzt direkt ein in die Kritik, weil inhaltlich gibt es nicht mehr, über diesen Film zu erzählen. Denn es passieren hier einige mysteriöse, geisterartige Erscheinungen. Man denkt sich, oho, aha, oho. Und zwischendurch soll man auch noch lachen. Zumindest ist das die Anforderung, die dieser Film versucht an uns zu stellen. Und ich sage extra Anforderung, weil es wirklich schwer ist, hier auch mal eine Szene zu finden, die vielleicht lustig geschrieben, aber nicht unbedingt lustig umgesetzt wurde. Ich habe den Film zusammen mit meiner Frau gesehen. Das einzig lustige, beziehungsweise die einzig lustige Szene, die ihr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass merkwürdige Geräusche plötzlich aufgepoppt sind, während Kylie mal am Pinkeln war. Ja, genau das dachte ich mir auch. Und dementsprechend funktioniert diese Horrorkomödie mal so in keinster Art und Weise. Zum Ende hin wird der Film tatsächlich sogar noch mal ein bisschen Thriller-lastig. Da kommen tatsächlich noch mal Wendungen ins Spiel, wo ich mir denke, okay, als seriöser Film wäre das vielleicht sogar cool gewesen. Aber als Horrorkomödie, tut mir leid, funktioniert das Konzept mal so überhaupt nicht. Aus den unterschiedlichsten Gründen, wie gesagt, einfach, weil bestimmte lustig gedachte Szenen einfach nicht lustig sind, weil man ihnen auf der anderen Seite mitunter auch nicht die Zeit einräumt, um tatsächlich auch wirken zu können und weil die Schauspieler in einer Tour am Over-Eckten sind, dass man sich eigentlich nur fragt, bin ich hier bei einer Asylum-Produktion von Scary Movie? Der muss sitzen erst einmal. Den müssen wir sacken lassen. Aber genau so meine ich das. Und das ist sehr, sehr schade, weil dieser Film hat eine Laufzeit von ungefähr einer Stunde, 40 Minuten. Und das sind eine Stunde, 40 Minuten Lebenszeit. Und ich möchte euch davor bewahren, in Abwägung dessen, dass ihr natürlich selber entscheiden könnt, ob ihr nicht trotzdem diesen Film schauen wollt, vielleicht diese Zeit anderweitig zu investieren. Möglicherweise auch in einen anderen Film. Dieser Film ist nur was für hartgesonnen. Ich persönlich kann keinen Film abschalten. Ich muss auch solche Filme zu Ende gucken. Nicht, weil ich darüber eine Review dann machen kann. Nein. Aber damit ich auch eine Review machen kann, um euch wiederum zumindest die Möglichkeit zu bieten, eventuell auch diesen Film einfach links liegen zu lassen. Und weil ich finde, dass es sich einfach schlichtweg nicht gehört, einen angefangenen Film einfach mitten im Film abzubrechen. Das ist einfach so meine Mentalität. Geht gar nicht. Aber gut, Housebound ist einfach ein Film mit null Sehwert und erst recht null Wiedersehwert. Es tut mir leid. Wie gesagt, das Konzept als Horrorkomödie funktioniert hinten und vorne nicht. Als Thriller hätte man vielleicht die Charaktere anders konzipiert und die ersten 30 bis 50 Minuten nicht so zwanghaft lustig versucht zu kreieren, dann wäre daraus vielleicht sogar ein solider Thriller geworden, weil das Ende, ich sagte es bereits, hat sogar einiges an Spaß gemacht als Thriller. Aber um das Ende zu genießen, muss man erst die anderen 60 Minuten, die da vorkommen oder 80 Minuten, die da vorkommen, erst mal ertragen können. Das, wirklich, das verlangt euch alles ab. Und ich muss euch sagen, Retrospektiv ist das, das in keinster Weise wert. Das ist meine Meinung zu Hausbauend. Wirklich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ton, Soundtrack, Pille Palle. Komm, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Das, was wichtig ist, ist die Grundformel eines Filmes, die hier schon nicht stimmt. Und über alles andere brauchen wir dementsprechend auch nicht weiter reden. Dementsprechend fällt auch meine Wertung aus. In der Genre-Wertung, ein von fünf möglichen Punkten. Und in der Film-Wertung, okay, das Ende hat mich dann doch noch irgendwie gecatcht. Immer noch 2,5 von fünf möglichen Punkten. Also insgesamt 3,5 von zehn möglichen Punkten. Wow, dass wir so in das Jahr starten, hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ist es nun mal. Eure Meinung zu Hausbauend, sofern ihr wirklich so krass bekloppt seid, im positiven Sinne, weil ich bin ja auch bekloppt, ich habe den Film gesehen, diesen Film gesehen zu haben, eure Meinung auf jeden Fall in die Comments. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder. Ich freue mich auf euch und eure Meinung. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Ja, und so kann das nicht slave ausgesch IPSV zweiteigthätten, natürlich Däunten, wir uns wie Bond geschmehrt. , das alles kommt über den Film. Untertitelung des ZDF für funk, 2017